Ich habe schon so lange davon geträumt, von einem Mann in Lack und Lede Handschellen angelegt zu bekommen. Die Highlight-Folge vor der Sommerpause. Der Rathaway ist der verlorene Sohn und er ist zurückgekehrt. Ich habe ihr kleines, düsteres Geheimnis verraten. Wir haben einen Ausbruch. Wir halten ihn auf. Er wird ihm nicht gefährlich werden. Die letzte Folge von The Flash. Dienstag, 21.15 Uhr. ProSieben. Dienstag, 21.15 Uhr.